Licht Musik Counter Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Do Heute spielen wir Homerun in Berserkland Ja, das ist der erste Teil, den habe ich schon Weiß nicht wann gespielt Ich will gar nicht lange quatschen Ich will schon mal an Oh, ist der Sound laut Gehen wir nochmal kurz zurück auf Option Ach, den Sound können wir gleich glaube ich nochmal Schon, schon Knackig, ne? Ja, hier kann man sich dann so Einen Berserker aussuchen, wir nehmen Markus, oder Markus Weil den habe ich früher auch immer Gespielt und Vom Aussehen kommt er mir schon recht nah Schleif Oh, ist das laut So, und jetzt machen wir die Sounds Mal ein bisschen, ja das ist glaube ich Human genug, wir können auch noch ein bisschen leise Und das Spielprinzip ist ganz einfach, wir haben Wir haben hier so einen Geek Und da haben wir mich Mit einer Keule Oder was auch immer das ist Und damit sollen wir den wegschlagen Das bedeutet hier in der Mitte, ne? Mein Aim und, und dann den Hit Wie stark Und dann Kann man das alles mit Klicken aktivieren Und dann, am Anfang fliegt der noch gar nicht so weit Zieht man Oh, aber ich kann schon einen zweiten raufhauen Geil Das ist der Vorteil an ihm Äh, ich kann euch gleich sagen Warum ich ein zweites Mal schon raufhauen konnte Falls ihr das mal spielt mit einer anderen Karte und nicht Raufhauen könnt Nicht wundern, ich bin ein bisschen angeschlagen Äh, weil, äh, ja Heuschnupfenzeit ist beste Zeit Ich liebe diese Zeit nicht So Und dann kann man hier zum Beispiel Im Shop ein Würstchen kaufen Oder diverse andere Scheiße Ich glaube, das erste, was wir uns holen werden Wird diese bombastische Gitarre sein Boah, so ein Swer-Sword Swert Swert Swert, Swert, Swert Das muss ich mir auch noch holen Ich glaube, wir bauen uns langsam hoch Wir holen uns als erstes eine Gitarre Und danach holen wir die Örxt Hier steht auch immer, äh, was es gibt Das hier bedeutet, wenn man das hoch genug skillt Zeige ich euch gleich beim Level Äh, dass man diesen, diesen Bonusschlag hier unten in der Ecke kriegt Eieiei Bam! Yay! Fresse rein! Das Metal In Wirklichkeit läuft da auch im Hintergrund Metal Aber, äh, hab ich rausgemacht, weil ich nicht weiß, wie die GEMA darauf reagiert Weil die GEMA ist ja... Scheiße Ja Boah Die mach ich eigentlich gar nicht Ich hau den nur einmal... Boah Ich hab den Geek Zehntausend Fuß weggehauen So, und wenn ich hier die mittlere Ähm Sache hier skille Dann kann ich Alle zwei oder drei oder vier Skillpunkte Kann ich, äh So einen Extraschlag machen Wie den hier, den ich dann während des Rennens noch mal rein knüppel Okay Das erste ist natürlich mehr Schaden Mal gucken... Ah ne, da müssen wir da noch einen rauffahren Und dann haben wir unseren nächsten Schlag Und das hier ist halt die Geschwindigkeit, glaube ich Ähm, von diesen... Von diesen... Teilen hier Aber da ich ja eh gut bin War eigentlich immer alles 100% Oh, da habt ihr grad einen Berserker gesehen Das sind so riesige, weiße Viecher mit Blut an den Händen Die richtig Metal aussieht Und... Die boxen einen dann auch nochmal weg Dann gibt's auch nur noch eine Kanone Und so einen Schleim Aber in dem Schleim bleibt man stecken Und wird langsam Und also das bremst einen ab Und 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 Gibt's ganz viele Sachen um vorwärts zu kommen Und da machen wir hier Ah, da müssen wir noch einen Ja, jetzt haben wir hier den zweiten Hit Und jetzt geht's richtig steil Jetzt kann man zum Beispiel hier unten machen Haut man den einen rauf Und haut gleich den zweiten hinterher Und dann ist er schon viel schneller, ey Dann sieht... Double Punch, Junge Oh, jetzt geht's ab Oh, zu steil Scheiße, aber egal 3.000 Fuß Hoch Oh, mit der Fresse vorne Weit Weit übers Feld Ja, hier 25 Fuß Nice Dicer Dicer, Junge Und man sieht eigentlich nur ihn fliegen Also ich mach hier gar nichts Ja, da braucht man auch nichts machen Wenn man gegen diese Bienen kommt Fliegt man auch nochmal ein kleines Stück Oh, und das gab schon wieder instant ein Level Nice Hier hauen wir nochmal einen rein Und dann machen wir hier auch noch einen rein Und gleich den nächsten Hier unten ist unser Geld 300 noch was Ocken haben wir Zack 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 Bam Jetzt fliegt er Geht ab, Junge Und den dritten Man kann natürlich auch verfehlen, aber Ich habe ja so viel Skill Manchmal treffe ich nicht, aber das mache ich dann mit Absicht Ja Wie mir die laufende Nase aufregt Warum läuft sie? Warum geht sie nicht? Ich nehme mal den Pfeil Oh, da habt ihr den Berserker gesehen Da hat er nochmal richtig raufgepanscht auf die Fresse Auf diese Geek-Fresse Ja, mit seinem Cape Schön Geld einsammeln, Geek Mit einer fetten Wampe Oh Mal gegen eine Biene Und jetzt noch ein Berserker, Alter Das wärs Oh Oder eine Kanone Oder Oder ein Roboter Da gibt's auch so Miesel Oh, verfehlt Ah, klar Sieht sehr schmerzhaft aus, wie er da so auf Schon wieder ein Level im Oh, ey Ich krieg hier Diamanten ohne Ende So, wir können ja mal dann machen In den Shop gehen Oder hier Sieht man ja auch das Geld Auch unten in der Ecke Äh Wie viele Diamanten haben der Und dann kann man hier Für tausend Stück Sich natürlich welche holen Natürlich kann man sich auch welche kaufen Aber warum sollte ich das tun? Ich lass den jetzt mal fliegen Und dann putz ich mir kurz die Nase, ja? Und den nächsten Bam Kurz Muten So Da bin ich Wieder Es ist gar nicht so einfach mit dem Mischpult dann wieder die gleiche Stelle einzustellen, die man eingestellt hat bei der Testaufnahme Aber ich glaub das sollte eigentlich passen Ich merke mir sowas so eigentlich, Junge Ah Ah, ist das schön, wenn die Nase wieder frei ist Ja! Erwischt, Junge! 800 Ocken haben wir 800 Ocken haben wir Und wieder Level Up hier Bam Machen Machen wir da noch einen rein Da Und dann geht das Ab für den Mark Eins Zwo Drei Geil Geil Ich lebe es Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren das Spiel Wie gesagt, solche Spiele sind immer in der Videobeschreibung unten reingestopft Damit jeder Uuuuuh Das nochmal ausprobieren kann Ne? Vor allem kostenlose Spiele Packe ich eigentlich So 99,99999% unten in die Videobeschreibung Ja Ja Und Ne, das war jetzt kein Level Oh fuck, das war nix Einer Boah Scheiße, jetzt habe ich geschlagen, obwohl der Berserker ihn erwischt hat Mhh Schlag verschwindet Mit dem Gesicht Bam Auf dem Boden Und er trudelt Aber Er Fliegt weiter Mit der Wampe voraus Und genau gegen den nächsten Berserker Und Auf 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 In die Weiten des Universums Jetzt kommt er langsam wieder runter BOMM Und wieder nach oben Geile Scheiße Metal Ich find's lustig wenn der brennt Manchmal ist da auch so ein Teil, das sieht aus, als würde gleich die Schallmauer brechen Vor ihm Vor ihm Aber da muss er richtig, richtig Speed drauf haben Das hat man, wenn man dieses wunderschöne, coole Schwert hat Ja Dann ist das so Ich kann ja gleich nochmal gucken, wie teuer die Gitarre ist Oh los Da ist Da ist wie ein Flummi der Fettarsch Da Den Schleim meine ich zum Beispiel Da bremst dein Übel Ist doch richtig uncool das Scheiß Ding BAM Level Up Dann noch einen hier rein, dann habe ich auch äh Ja Level Up Kann ich nochmal zuschlagen Der Shop 2,5 Wir haben 1,2 9 1,2,9 Ja die kriegen wir auch noch zusammen Das ist einfach das Doppelte Von dem hier Und ich finde die lohnt sich noch nicht Da kriege ich 10 Schläge Also 10 Kraft mehr Und Sehr viel mehr, ne Wisst ihr Bescheid Dann fänge ich auf dann und dann, dann tun wir das mal Ähh Wieder zu schwach zugeschlagen Nein Hab ich daneben gehauen Oh und dann alles klar Ah Great Den ersten Der saß schon mal perfekt 7,6,5,4,3,2,1 BAM Man kann hier oben Ganz praktisch Die Höhe ab Abzählen Und dann zählt man halt immer diese 100er Schritte runter Und dann Passt das eigentlich Aber jetzt mache ich das zum Beispiel Oder soll ich versuchen? Nein Zu früh geklögt Deswegen mache ich das nicht Wenn man richtig gut ist klappt das sogar Und dann BAM Dann fliegt der Bis nach Meppen Warum auch immer Dass auch immer er da will In Meppen Ja nochmal ein 10er eingesammelt Feine Sache Ja 3,2,1 BAM Und jetzt fliegt der Je schneller er fliegt desto verschwommener wird er auch Das ist also nicht die Auflösung oder so Das ist wirklich So gewollt Können ja auch hier die Auflösung auf hoch machen Nein Kurz vorher Okay und Man merkt auch das wird schon viel langsamer Ne Diese diese Anzeigen Wo ich da Spielraum habe Und Boah Oh Oh Gut das ich nicht geklickt habe 8,7,6,5,4,3,3,3,3,4 Ver,verloren,verfehlt Dieser Scheiß geht Oh, dann auch noch in Schleim rein Da denkt man, dann läuft gut und dann Great Nein Jetzt habe ich einen verdattelt Ja Der hat der gesessen Der ist nicht zu hoch Also nicht zu steil und schön gerade Und je mehr Geschwindigkeit Also je Nicht steiler er geht Je nicht steiler er geht, desto Mehr Geschwindigkeit Geht halt in die In die Distanz In der Höhe verliert man oft mal Distanz, genau Ja Bam, dritter Schlag Den hauen wir hier noch rein Und dann Ja, das war kein Nein Und den ersten Schlag verballert Wegen diesen Scheiß Insekt, Alter Vier, drei, zwei Zwo, eins Fast im Schleim stecken geblieben, aber nicht mit mir Mein Freund Den haue ich so richtig auf die Kacheln Wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld haben wir? Oh, zwei Great Boah Oh, der wird gut, der Run Oder der Flu Der Home Run Nein Ey Ist nicht wahr Ja Los Das gibt's nicht Aber diesmal hat jedenfalls der Roboter Ihn anvisiert Und ihn ordentlich auf die Fresse gegeben Das dauert dann immer kurz Dann geht er mit seiner Zielscheibe Und dann mal Und dann Und dann macht der Kerl einen Abfluch Ja, ja Nix Noch einen guten Run Und dann Perfekte Höhe Zwo Tag Nein Da steht dann immer Hit Und dann kann man zuballern Aber Ich glaub, das gibt sogar einen Erfolg Wenn man drei Hits In einem In einem Run macht In einem Home Run Oh, perfekt, Alter Oh, das war schlecht, Alter Und Zwo Ah Shop Nein Sieben Gold fehlen noch Dieser Hurensohn Das wird er mir büßen This game is lame Halt's Maul Da hab ich den ausgelöst Als er in der Kanone War Da los Vier Drei Zwei Eins Nein Nein Nur dann mach ich mal Ja Ja Aber gab auch so'n Erfolg Jetzt ab ins Shop Hauen wir uns mal eine Metal-Gitarre hier Wurde auch direkt equipped Das sieht man hier an dem E für equipped Inventory kann man auch mal gucken Ja, das haben wir Items Haben wir nix Warum auch ever Was gibt's denn hier bei Items im Shop Uh 1.000, Alter Die kriegen wir, glaub ich, auch noch zusammen, wa Wie schön mir da gibt's Oh, der fliegt ja schon Einwandfrei Jetzt hab ich alle drei Schläge verballert Kann das sein Ja, das wird gleich besser Pass auf Pass auf Der fliegt gleich Der geht gleich richtig ab Für ne Mark Ja Gleich durchbricht er die Scheinbauer Der Hurensohn Boah, jetzt hab ich ihn in der Kanone gehabt Nein Den dritten versankt Ja Auf die Fresse Wir haben gleich unsere Zeit schon geschafft Ja Ihr habt das Spiel gleich überlebt Gleich Ein bisschen müsst ihr noch schaffen Da fliegt er Mit dem Gesicht voraus Wie Superman Ist es ein Flugzeug Ist es ein Vogel Ist es ein Flugzeug Nein Es ist Mega Geek Bam Er kam ins Krudel Aber der wird aufgefangen Und er fliegt Erneut Ja 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 Und jetzt noch ein Berserker Los 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 Ja Auf die Fresse Und schön hoch Und weg ist er Und es geht er wieder runter Schön mit Feuer am Arsch Oder im Gesicht Und Bäm Mit dem Gesicht Im Boden Eingerastet So Ja 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 Boah das sind Burger im Hintergrund Ja genau in so einen Scheiß Schleimscheiß rein Na Ist nicht Junge Jetzt haben wir 700 800 Gold Den ersten Nein Verfehlt Boah schon wieder verfehlt Gewinnig Ja Gleich Knallts Junge Nein Verfehlt Gibs nicht Das Level Kriegen wir noch hin Ja Geist Ja Ich hab noch einen Hit. Yeah, bam. Oh, der hat gesessen. Ja. Ja. Nice. Oh. Ja. Glück muss man haben. Und gleich landet er wahrscheinlich wieder in so einem Scheiß-Schleim. Mit meinem Glück. Oder halt einfach rauf zu fliegen. Uh. Hauen wir zwei rein. Wie ein Zombie. Extra Geld pro Runde. Das lass ich mir nicht achtmal sagen. So, jetzt gucken wir nochmal, wie viel Geld wir kriegen. Und dann war's das für diese Folge. Mit diesem Flug wünsche ich dann einen angenehmen Tag noch. Alter, Muskeln am Zittern. Da ist wirklich Power drin, mein Junge. Oh, und den ersten. Ist ja gut, wenn die Bienen abbremsen nach unten. Kann ich den besser treffen. So, der zweite. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bei Let's Doom oder sonst was für ein Spiel. Dann noch so viele Spiele, die man spielen kann und präsentieren kann. Mal gucken, vielleicht kommen dann auch mal wieder Friday Zombie Day Folgen von irgendeinem Zombiespiel. Muss ich mal gucken, ob mal wieder ein paar Leute Zeit haben, mit mir da was aufzunehmen. Boah, der hat auch nochmal gesessen. Einen haben wir noch. So banale Spiele, da kann man sich echt aufhalten. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen noch, wie er einkracht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.